Dein Snape hat mich verschont. Nein! Du brauchst auch ne OP Waffe, Alter. Okay, das schiebt wirklich. Ja, ne und dein AHK ist auch nicht besonders scheiße. Ich hab so wenigstens voll ehrlich erspielt und so. Ja, ich wurde gesw... Oh, ich wurde geswitcht. Digga. Wo bist du? Ich wurde geswitcht, glaub ich. Ich bin nämlich einfach irgendwie gestorben. Da war ich plötzlich hinter den feindlichen Linien. Da war die feindlichen Linien. Da war die feindlichen Linien. Da war plötzlich freundliche Linien und... Ach nee, bitte. Du bist noch nicht gleich. Ich steck mich in dein hässliches Auto. Du brauchst dich so gut, Alter. Verpiss dich. Also das, wenn du einmal hier verkackt, das bei Romanen kannst du aber in drei Stunden durch die Gegend laufen und stirbst danach. Das ist schon scheiße. Verpiss dich. Alter. Haha, Hurensohn. So, Hurensohn. So, Hurensohn. So, Hurensohn. Oh, Hurensohn. Ey, klar. Ist jetzt voll geil. Kiddy Style und so. Ey, du bist so doof. Das ist voll der Victor. Oh, hier ist niemand, den ich abschießen können, Alter. Ich könnte kotzen. Was ist denn hier los, Alter? Gott, ich sehe überhaupt nicht mehr durch. Denkst du ich, Alter? Oh, das ist besser. Denk mal abschießen. Oh, schein gemacht. Oh, Bunny hoppen. Oh, ich hab... Ich bin... Komm, Digga. Scheiße, nicht getroffen, Digga. Oh, mach den Rauch weg. Alter, ich sehe nichts. Ey, da hast LSD los, lass den Kill, Alter. Ey, lass mal den... Ne, lass mal nicht machen. Ja, doch, lass mal. Ach, scheiße, weil der kann nur XD. Oh, fuck, da hast LSD los, da hast LSD los. Und LSD los. Oh, oh, das war nicht so professionell. Ja, meine Waffe macht gerade alles so aus Problem. Nach LSD los. Hätte ich schelten, dass es ruhig geht. Ich wollte jetzt auch, es ist kein so unwillig Tod bieten. Ja, ich dachte, man hat eine Phrasing. Ja, sagen wir mal so, wo wir weggehen, Bunny hoppt. Ja, danach, als ich dann gemerkt habe, dass meine Waffe alle war. Zu gemerkt, dass das, dass ich gnadenlos überlegen bin, wolltest du sagen. Ja, ich weiß. Okay, also so insgesamt, wer ist ja wieder quitten, ne? Alter, es neidbar. Ja, fuck you. Ich bin unsichtbar, man. Ich hab den Kamu. Ich hab das Kamu DLC installiert. Da wirst du unsichtbar. Es ist ein OP, aber. Hey, das ist gut. Den Engel über entdeckt. Lob! Nicht töten! Sehr schön. Dein State hat mich verschont. Du hast auch eine OP-Waffe, aber es ist schon möglich. Ja, ne, 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 ne. Das ist auch nicht nur das Scheiße. So. Ja, ich hab's wenigstens. Voll ehrlich gespielt und so. Oh, scheiße, ich hab' ich hier keinen Mann. Mann, Alter, es ist ein Ernst. Oh, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst. Mann, 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 Mann wir haben gesagt er hat eine Hölle das ist auch scheiße der Siegert die Schüsse der drüben die die von uns sind da ja es gibt mir ein bisschen auf den Sohn die Unruhe nicht so gut aber man das als und wenn ihr ja voll zu fiktiger sind hier los die Erachter wir hatten der Granate ist halt zerstört die Götz-Dummer da verteidigen die Götz wir haben wir sind nicht am gleichen Team Junge ja dann damit ich dich töten kann man ich versuchte da zu catchern Eichmann ich bin ich an also professionell getötet den Typ gerade Alter und was zum WDR von uns und die Gegner ich muss dann diese ein Aufnahmsession wahrscheinlich ein paar Parts und das ist genau wie dann sind wir sie am Start schon gar nicht mehr Alter ich glaube ich sterbegleiche hat Spaß gemacht das ist mal so voll um Mörders Quartner da als Serie dann können wir so voll dieses Mörders Quartier als inzumachen dass er für die Welt ab und übelst hat und kämpft gerade hier wie kommt kein Ergebnis sei so Loll das hat sie machen das hat sie Alter schockt das an Rheien die Probe bei China er war kein der Ort heißt Paul der Wahl ein um es geht gehen wir getroffen abgeworfen jetzt tropons mit dem Bruder Leute bis bei ihr Panzer der Zietzsitz auf mich von euch und ich sehe nur so wie der Jett über mich drüber fliegt den Bomben und wirft in der Panzerplatz des Geistes das auch vorrücken Freunde Gormann Rätts und für ihren Bekern der Gertz das ist aber nicht abgesehen sein die Gertz der St den Krieg im Schiff hat das hat auch sicher gesehen und so hat er ist also dann ist das er hatte niemand ein 1 absehen kann Liga der Typ ist schon wieder und er wird aufhören Leckerbos mit schwarzen Kerl aber hallo mit der Zielgruppe Dankeschön er hat er die Scheiße und der BTR jetzt sind ich wünsche ich hab gerade so bisher geschossen wird es ist er weg aber doch nicht gefühlt oder so das ist einfach weg wo das MP5 auszuholen Oh mein ich bin grad so mega sozial weil ich hier in den Panzer reinsetze während der andere Typ das den repariert Ich war dafür sozialer, also ich hab für mich selbst gerecht krass harte sozial Alter, hat das Wichser mich kann echt überfahren Das Wichser Das Wichser hat mich überfordert So jetzt will der bestimmt das wieder aussteigen, aber stell dir vor das mach ich nicht Hey Sporn an der Front ist ja geil Du hast an der Frontspawn Frontspawn den ist cool Das war jetzt grad irgendwie Fuck you Oh ich hasse Shotgun Ich hab den sogar fast bekommen in seiner hässlich nicht mit an Was ist da also noch einer? Oh das kann da echt nicht wahr sein ey Ich spawne 2 auf einmal Schießt da auf mich ein alter Was ist meine Kacke Hä, das ist immer keiner Oh, oh, ich nehme B ein Nicht so gut Ach, das ist ein Scheiß-Heli-Lol Lass mal eine Rakete drauf schießen Das stimmt denn bevor ich was machen Ich hab dich gerade so am übelst harten Horizont gesehen irgendwie Ey ich hasse ihn Dieser Defi-Guy aus eurem Team Der macht nichts außer in seinem scheiß Jeep rumzufahren und die Leute zu überfahren Ja, dieser komische Spack aus eurem Team Macht nichts anderes als mich irgendwie abzuschießen Dabei selbst zu sterben Krase Sache, oder? Trollerscheiß, aber Der, der schaut ganz glücklich über irgendwie 5,10 Meter an Verhandlung und Sieg mir erstmal übelst fette Lebenspunkte weg Was ist denn das? Der hat sich einen Sack mit seiner Scheiß Schicht Der hat mich so auf den Sack mit dem Na, bist du tot? Hm, solltet Der ist schon wieder 30 Meter weg Schieß mich ab Ich hab nur noch 10 Lebenspunkte Ja, sicher So, ich hab ihn immer bei meiner Gugel in die Fresse gegeben, Anna Na, kannst du auch diese Shotgun diesen langen Aufsatz drauf machen Wie bei Call of Duty, ich weiß, ey, das ist schlimm Man kann auch ein Zielfernrohr auf die Shotgun Nein, kannst du nicht, das war ein Joke Wo, 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 wo Alter, was für Noob, der versucht mich mit seinem RPG abzuschießen Das ist ein Kacke, kann man nicht sein, alle Das ist ein Kacke, wer geht nicht hoch Lauf doch mal zu Erbesnitzend Scheiße Man sollte noch antöten, ja, antöten, ja, antöten, gut Jo, das war's erst mal mit dem Let's Play Jo, Troll Ich hoffe, hat euch irgendwie gefallen und Ich bin besser als du Ja, ich bin hier fast Schufe 11 jetzt Ich hab genau 3000 Punkte glatt, ich hab genau 10, 10 Ja, ähm, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, macht's gut, ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020